Ja, wieder hier. Jetzt haben wir hier noch unser ganzes Geschmarrne. Das kommt in die Kategorie Loot. Stone Slabs. Mossy Cobblestone kommt in die Cobblestone-Abteilung mit rein. Dirt. Sowell Sand in die Sand-Abteilung. Das Gerimbel... Oh nein, nein, nein. Das Gerimbel. Nee, Schnee brauchen wir gar nicht. Das kommt in die andere Kategorie mit rein. Ach, hier ist Wäscher wieder, wo das Eisenzeug war. Ich hab's ja vorhin mal kurz vergessen. Hier unten ist dann... Äh, hier oben ist dann unsere Tools-Box. Nee. Gut. Roheisen. Haben wir hier. Slowstone könnte in... Hm, mal schauen, wo wir's reinpacken. Hüpfen wir schon wieder Wölfe rum. Irgendwer hatte ich hier fett Glück mit der Wölfe gehabt. Ich weiß auch nicht warum. Neville Rack. Ist eindeutig auch die Kategorie Gestein. Gut. Loot können wir dann später nochmal einheimsen. Ne? Ui. Ui. Hier haben wir das. Ich brauch dann unbedingt noch Beschilderungen. So. Ach, nee. Äh, never wreck, never wreck. Wo ist es denn? Äh. Ne, quatsch, quatsch, quatsch. Das sollte hier rein. Das sieht edler aus. Also kommt's höher. Ja, wir machen hier Rassentrennung. Mossstone kommt auch mit ins hier. Kappelstone, die Rimpel, nein. Das ist hier. Mann. Das ist dann der Spezialkoppel. Pflanzen. Waren hier. Setzlinge. Samen. Weizen allgemein. Noch mehr Weizen. Das, was ich immer zu wenig hab, lege ich immer ganz hinten ran oder unten, wenn eine Kiste nur dafür ausgelegt ist. Das hab ich bei mir so eingerischt. Das System, das bewährt sich auch. Müsst ihr mal ausprobieren, ist gut. Hier unten kommen dann bestimmt Zutaten hin. Braut. In meiner Let's Show-Welt hab ich auch so viel Essen angefertigt, das brauche ich gern. Aber falls es dann mal Multiplayer-Server wird, da kann's dann jeder was zu essen immer krallen, ne? Wisst ihr ja. Und da passt das dann. Hier ist der Loot, ne? Genau. Mit dem Loot, da geht's mir gut. Hier ist Eisenzeug, genau. Hohe Eisen, denken wir mal hier oben ran. Minecraft-Passierens-Konzept. Einmal haben wir da. Und ne Kiste mit rarem Zeug. Also hier kommt alles rein, was recht selten ist und so. Ne. Wo hatte ich Sand hier? Das ist ein anderer Sand. Was ich jetzt erstmal mache? Es ging mir auch schon seit Ewigkeiten. Na, ein bisschen auf den Nerv, ne? Ein bisschen. Ne, da brauche ich jetzt Erde. Ach, schilly, schilly. Ah, den Sand brauche ich trotzdem. Werdet ihr auch gleich sehen für was, ne? Nur Geduld, nur Geduld. Wird sich alles klären mit der Zeit. Na komm ran, du Schwein. So, das ging mir schon die ganze Zeit auf den Nerven. Mann, 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 bei den Umschwenken von Tag zu Nacht leckt dann mein Minecraft immer rum. Dieses spastige Scheißprogramm. Oh mein Gott. Nein, gelobt. Minecraft ist geil. Geil. So. Von was ich eigentlich ursprünglich sprach. Erstens, dass hier ein Creeper explodiert, das habe ich aber gar nicht gewusst. Deswegen habe ich es wieder zu wenig Erde mit. Oder, oder. Heißt gerade noch so. Wunderbar. So. Oh mein Gott. Äh, ja. Mach mal's mal so. Ich muss da jetzt einfach mal improvisen. Ne? Ist jetzt alles ruhig, ja. Na, mach mal's eben so, ne? Habe ich zwar die zwei Erde umsonst verbraucht, aber ist doch egal. Hauptsache, hinten ist nicht mehr so ein Schandfleck. Äh, mh, super. Überall so ne hässliche Scheiße hier. Dann tun wir mal den Eindruck vermitteln, als wäre es alles so geplant. Äh, ja. Schau, wie ihr seht noch was. Ein Eye. Jump! War das nicht eins der Todeslieder bei Left 4 Dead 2? Bin mir gerade nicht sicher. Alles Rize, alles Rize. Dinge verschöner, es wird immer wieder schön. Oh mein Gott. Was für eh, ja. Das war, wenn man tot ist, glaube ich. Oder war das ein Tank? Ne, wenn man tot ist. Ein braunes Schaf. Ich glaube, unser allererstes hier in dem Level. Yay, woo. Ich bin so braut. Ich bin so braut. So. Hol'unter Sprudel. Mach mal so. Perfekt Okay Wieder ein Stückchen was ausgebessert Sieht doch alles gut aus bisher Da kann man auch sagen, dass es Loot ist Also das Gelump Schnee, Schnee, Schnee Und können wir das hinpacken TNT Das ist auch Loot, das ist seltenes Zeug Das ist Rüstung Rüstung können wir hier oben lassen Genau Nein Shit Tja Im Dienste der Wissenschaft stirbst du jetzt, Kleine Kuh Und auch du, Kleine Kuh Stirb Und auch du, Kleine Kuh Was zur Hölle Mach mich aggressiv Und auch du, Kleine Kuh Ja Mehr wollte ich gar nicht Nicht Garnisch Garnisch Okay Perfekt Fehlt dann später nur noch die Körperrüstung Der Mantel Das ist auch selten, kann man sagen Äh Das machen wir so Kategorie Schwerber Das ist ganz selten So, hier lernt sich ja jetzt alles Wunderschön, Wunderschön Oh Du, 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 du Das ist Loot Das ist selten Das ist seltenes Geraffel Geröffel Geroffel So, wunderbar Siehst du wieder halbwegs normal hier auf der Insel aus Aber wenn ich mir das genau betrachte Muss ich sagen, dass die Welt eigentlich ziemlich hässlich ist Von Von der ganzen Struktur her Es wurde erst weiter draußen recht geil dann Auf jeden Dauerts dann krass Braune Wolle Wo ordnen wir Ach, hier hauen wir erstmal so rein Ähm Genau Loot Hier kommen Federn rein Hier Gunpowder Also Schießpulver Nee Ist er ja Für die Gelehrten unter euch Ach, ich bin doch dumm So Hui Gold Großgold TNT Ach, das ist ja auch Loot Selten Machen wir uns mal so Genau Wow, halt die Fresse Eisen kommt hier rein Wo ist eigentlich unser Kompass, wäsch ich gar nicht Nee, das kann man hier reinpacken Und das kommt hier hin Schnee Machen wir hier rein Die Geräusche vermischen sich zu einem widerlichen Ähm, äh, äh, hier Ihr wisst schon, äh Klanggemisch Ja Meine Theorien sind atemberaubend Genau, hier Mh Mh Redstone können wir Wo haben wir noch leere Kisten Redstone Kiste können wir hier einrichten Normalerweise Gut Jetzt wollen wir jetzt einfach mal so So slow Wo, 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 wo Hier unten haben wir ja alles bereinigt in unserer Umgebung Hier wird es auch schon wieder Tag Ich glaub es kaum wie sehr Ich mag Hahaha Ja Dummheit made in Germany Hey Wolle Das Zeug ist hier auch ziemlich selten nicht Oh Kompass Einmal Nehmen wir alles mit Machen wir hier ne coole Kiste Nei Ui Schon wieder ein Wolf Ich glaub es kaum. Da rupft hier die Schafe. Es ist ein Traum. Oh. Es war doch nur ein Eisenschwert. Wie billig und schwach sind die denn? Mein Gott, nein. Nein, jetzt wissen wir ja wenigstens gleich, ne? Und so. Wo wir die Wölfe ja bekommen. Find ich gut. Find ich sehr gut. Oh man, das ist so beast. The wonderful end of the world. Was zur Hölle. Wie kam das Kackvieh hier rein? Ich bring dich um. Ich bring... Ach, so ne Scheiße. Ich hab die Tür doch gar net offen gelassen. Ach, so n Dreck. Könnte ich ausrasten bei sowas. Hab net umsonst diesen großen Glasweil außen rum gemacht. Scheißen Dreck. Ah ja, ich mach's mal Schluss mit dem Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.